Musik Haben auch Sie sich schon einmal beeilt, um einen bereits anvisierten Parkplatz als erstes zu ergattern? Der Porsche-Fahrer zeigt uns da eine ganz neue Technik. Er hatte seinen Parkplatz aber noch nicht einmal gesehen. Der Wagen war offenbar von der im linken Bildrand zu sehenden Autobahn abgekommen, durch den Grünstreifen gecrasht und hatte sich dann über die Parkplatzmauer überschlagen, um am Ende punktgenau auf allen vier Reifen auf dem Parkplatz zu landen. Dieses Überwachungsvideo ist erst vor einigen Tagen im Internet aufgetaucht und wird seitdem von vielen kommentiert. Die meisten User überrascht an diesem Clip natürlich ganz besonders, dass der Porsche-Fahrer einige Sekunden nach dem schweren Unfall scheinbar unversehrt aus seinem Wagen steigt und sich dann nur für den Schaden an seinem schönen Porsche interessiert. Der Mann muss doch wirklich einen Schutzengel gehabt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017